Wie Sie in dieser modernen Welt für sich Lösungen entwickeln können, dass wenn Sie abends ins Bett gehen, dass Sie sagen, mein Tag war in Ordnung. Ich habe zwar Stress, aber ich kann gut damit umgehen. Das ist mein Job. Und das können Sie bei mir in Trainings, in Vorträgen lernen. Und vielleicht sehen wir uns auch schon bald. Das ist mein Job.